Alle Ergebnisse gewonnen. Am Ende können sie sich bei der überragenden Abwehr bedanken. Lange Zeit sah es nach trauriger Torlosigkeit aus, aber dann machten sie doch noch ihr Tor. Unsere Live-Übertragung an diesem Abend geht so langsam aber sicher zu Ende. Was mir noch bleibt, ist mich bei meinem Kollegen Hansi Küpper zu bedanken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020